Druckvorlagen werden seit längerer Zeit als PDF-X-Dateien in der ganzen Welt herumgesendet. Jede Druckerei, die solche Dokumente erhält, muss diese auch auf Drucktauglichkeit und Separationsvorschau überprüfen. Dazu haben wir in Acrobat gewisse Tools. Ich möchte Ihnen das einmal zeigen. Dazu öffne ich dieses Dokument und verlasse den Vollbildmodus. Und diese Tools findet man unter Anzeige, Werkzeuge, Druckproduktion oder hier in der rechten Spalte unter Werkzeuge, Druckproduktion. Ich öffne mal die Ausgabevorschau und bitte achten Sie, wie sich mein Dokument verändert. Sie sehen hier, so schaut das Dokument aus ohne geöffnete Ausgabevorschau und so würde es gedruckt werden. Ich habe zum Weiteren die Möglichkeit hier zu überprüfen, ob irgendwelche RGB-Elemente noch in meinem Dokument vorhanden sind. Dem ist nicht so. Ich kann überprüfen, ob Text und wenn ja, wo vorhanden ist. Das sind alles Textelemente. Ich kann schauen, was sind Bilder in diesem Dokument. Hat es gar keine. Und ich kann auch noch Vektorgrafiken überprüfen lassen. Weiter kann ich Schwarzaufbau kontrollieren. Wo ist wirklich reiner Schwarz vorhanden? Lassen Sie mich anhand eines nächsten Dokumentes zeigen, was eben noch für Druckereien sehr, sehr wichtig ist. Dazu öffne ich dieses PDF und gehe nochmals in die Ausgabevorschau und werde mal den Gesamtfarbauauftrag überprüfen. Sie sehen hier, Ausgabebedingungen. Dieses Dokument ist ein PDF-X. Das kann ich hier drüben an diesem Symbol erkennen. Wenn ich hier draufklicke, sehe ich sogar, es ist eine PDF-X1-Datei. Und ISO Code of File 2 müsste einen Gesamtfarbauauftrag von 330% haben. Das kann ich hier unten markieren und mir mit einer grünen Signalfarbe anzeigen lassen, ob dem auch so ist. Und wenn ich so kleine Flächen habe, ich kann hier mal die Zahl erhöhen auf 340, dann kann ich davon ausgehen, jawohl, diese Bilddaten sind beide optimiert auf das jeweilig angezeigte und im PDF-X eingebetteten Ausgabeprofil. Ein weiterer Schritt, den Druck reinmachen, ist der Preflight. Und diesen Preflight, Sie sehen hier oben in meiner Schnellauswahl, ich habe zuerst immer die Ausgabevorschau für die visuelle Prüfung und danach den Preflight für die inhaltliche Prüfung. Da habe ich mir ein eigens eingestelltes Prüfprofil hinterlegt und wenn ich nun dieses anwähle und auf Prüfen gehe, dann sehe ich, in diesem Dokument ist die Auflösung jetzt spezifisch für eine Druckausgabe korrekt und es hat keine Probleme. Es sind ja auch nur Bilder vorhanden und des Weiteren ist hier zu sagen, ich habe diverse Überprüfungsstandards, ich könnte PDF-X 1A prüfen und so weiter, bereits vordefiniert. Hier gibt es noch zu sagen, dass Organisationen wie PDF-X Ready dies noch verfeinern und noch ausbauen. Ich für meinen Begriff bevorzuge ein eigens angelegtes Profil, wo ich eigentlich alle meine PDFs überprüfe damit. Um, ich sage mal, der Vielfalt in all diesen Profilen etwas entgegenzuwirken, da reicht mir eigentlich auch eine eigens angelegte Prüfung für all meine Produkte.